So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Guckt euch den Typ an, was er für Krampfanfälle hat. Okay, das ist die Level 20 Pose. Ach, die Rang 20 Pose. Wir befinden uns jetzt in der Meisterliga. Denn ich habe eine Folge zur Superliga gemacht. Ich habe eine Folge zur Hyperliga gemacht. Und ich möchte auch eine Folge zur Meisterliga machen. Das möchte ich jetzt schon mal vorproduzieren am Freitag, wo ich nicht gestreamt habe. Für den Donnerstag, die Woche darauf, wo ich wohl noch Besuch von Jena und Biaschanga habe. Da wird nämlich nicht gestreamt. Und da kommt sowas online. Ich habe also jetzt, ich versuche immer Rang 21 zu erreichen. In der Hyperliga habe ich den Rang 20 nun erreicht. Das ist ja der letzte Rang in dieser Saison. Habe dann die Pose da bekommen. Wrestler Pikachu gab es am Start. Alles hin und her. Das ist alles super. Aber ich habe eigentlich eben schon mal das Video versucht aufzunehmen. Habe gesagt, dass ich bis jetzt noch kein einziges Mal wieder in der Meisterliga gespielt habe. Und im Video jetzt das erste Mal. Jetzt habe ich also aufgenommen. Habe verloren. Habe verloren. Habe gedacht, ach mein Gott, Schnauze voll. Jetzt mit dem Ton passt auch nicht. Ich muss da nochmal was umstellen. Hin und her. Dann habe ich die Aufnahme beendet. Habe gedacht, das Set machst du aber noch fertig. Selbst wenn du alles verlierst. Und plötzlich habe ich dreimal hintereinander gewonnen. Und ich dachte mir, das gibt es doch nicht. Deswegen habe ich jetzt also hier die Pokémon-Belohnung. Hey. Und ich fühle mich jetzt bereit, doch in die Meisterliga zu starten. Denn ich kann ja jetzt noch vier Sets theoretisch spielen. Drei schaffen sie jetzt wahrscheinlich ins Video rein. Und ihr seht auch nochmal, dass ich wirklich nicht so oft GBL zocke oder irgendwas. Sternenstaub verdient 2,4 Millionen. Andere sind dabei 10 Millionen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Längste Serie hier 14. Das ist auch nicht so viel. Insgesamt 1.900 Kämpfe. Wo andere auch schon bei 10.000 oder irgendwas sind. Was weiß ich. Aber Siege 1.088. Das heißt, ich habe immerhin noch mehr als 50% gewonnen. Das ist doch ganz cool. Wäre schlimmer. 2.000 Kämpfe und nur 100 Siege. Das wäre ein bisschen komisch. Ihr könnt ja gerne mal eure Statistik. Es ist lange her. Eure Statistik mal reinschreiben, die da steht. Siege, Kämpfe, Serie, Staub. Für den Vergleich, dass man mal so sieht, wie aktiv ihr ungefähr die GBL zockt. Und wie gut schlecht ihr seid. Wie viel Zeit ihr da investiert. Und ob ihr euch damit auskennt. Jetzt wollen wir aber erstmal hier diese Belohnung abholen, die da drin ist. Und es ist ein Robball. Den fangen wir mit einem Ball. Hahaha. Zack, einfach drauf. Und das ist übrigens jetzt hier das iPhone vom Sven, vom Bowlingball. Und das erste Mal, dass ich eine Folge Ramses Minus mit diesem iPhone aufnehme. Ich habe immer Probleme mit dem Ton beim Übertragen von A-Power-Mirror. Weil das den halt direkt überträgt an mein Gehirn. Und das ist irgendwie total komisch. Das hat er sonst nicht gemacht. Aber die haben gesagt, ja, bei iPhone ist das so. Und da habe ich das die ganze Zeit auf dem Kopf. Und dann stört mich das total. Und jetzt musste ich das so einstellen, dass das so ganz leise da auf meinem Ohr drauf ist. Und das ist auch ziemlich komisch. Normalerweise ist das nicht so. Normalerweise habe ich gar keinen In-Game-Sound auf dem Ohr. Und den In-Game-Sound hört man nur, weil das Handy laut gestellt ist. Also genau das meine ich. Jetzt geht einmal die Drecks-App aus und schon ist es wieder verkackt. So, was muss ich denn hier machen? Das aus? Nee. Das an? Nee. Das ist doch hier auf das gestellt. Und wenn ich jetzt einmal so drücke... Jetzt ist es wieder leise. Ich verstehe das nicht. Ich muss das hier so einstellen und hier auf das. Weil das, was da ist, wird direkt hier übertragen und so. Das ist nicht... Das Handy macht nicht hier. Ich habe das ja komplett leise gestellt am Rand. Das heißt, das Handy, wenn ihr nur das Handy hört, das Handy macht keinen einzigen Mucks. Aber das, was in-game stattfindet, wird hier übertragen. Und das ist total komisch für mich. Mag ich eigentlich nicht. Fühlt sich komisch an, lenkt einen total ab. Deswegen musste ich es jetzt so leise einstellen. In der Hoffnung, dass es mich nicht ganz so extrem ablenkt. Mein normales Team, was ich sonst immer hatte, war ja Toggekiss in der Führung. Noch als Best Buddy angelegt. Dann ein Giratina und ein Dialga. Alle auf Level 50 mit 100%. Habe dann aber letztens mal gewechselt. Habe doch den Sackjahn vorne rein. Habe immer noch Toggekiss dabei. Habe den Sackjahn dabei, was ziemlich eintönig ist. Und habe halt noch das Giratina jetzt, was beides Geistattacken hat. Also auch ziemlich eintönig, aber gegen das Ganze... Gegen den ganzen Rest, sage ich mal. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Komm, wir haben dem gut zugelegt. Noch einen Dialga kann er nicht haben. Eisenschädel. Huh, tot. Da nehmen wir... Ah, was nehmen wir? Wir nehmen halt mal das Giratina rein. Der ist zwar jetzt erstmal effektiv gegen uns. Wir machen den aber weg. Können uns schon ein bisschen aufladen. Normal kann man das ja auch hier gemütlich spielen mit Drache und Geist. Ich habe jetzt zweimal Geist. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Weil das Drache habe ich ja meistens nur gebraucht gegen die anderen Drachen. Aber gegen die anderen Drachen habe ich ja die ganzen Feen-Moves. Jetzt habe ich mich hier ganz darauf konzentriert, den komplett mit Geist auszustatten. Das Giratina könnte man jetzt auch gut mit Toggekiss, glaube ich, besiegen. Aber wir haben jetzt den hier drin. Der wehrt ja eh ab. Das heißt, wir werden dann halt auch einfach ab, dass wir uns gegenseitig die Schilde rausloggen. Hätte ich doch Sackjahn am Anfang schilden sollen? Der hat seine Pflicht getan. Der hat das Ding ausgeschalten. Das war sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Also kann er da bleiben, wo der Pfeffer jetzt wächst. Hier, wir dürfen sogar noch vor ihm dran. Er hat jetzt auch keine Schilde mehr. Das dürfte jetzt auch durchgehen. Er müsste jetzt eigentlich auch tot sein. Obwohl Unheilwöhn halt nicht so krass stark ist. Oh, ne, ist doch nicht tot. Also egal. Er wechselt auch aus. Geht auf Melmetal. Gut, dann schilde ich nochmal. Muss jetzt mal auf Spukball. Dafür habe ich ja zwei Attacken. Weil Spukball haut rein. Melmetal hält aber viel aus gleichzeitig. Wir müssen also versuchen, Spukball voll zu machen. Wenigstens einmal den Spukball jetzt hier drauf. Der geht nämlich davon aus, wir haben nur den einen Move. Wir müssen ihm zeigen. Nö, wir haben doch zwei Moves. Ihn überraschen. So, bisschen drauf. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Weil der macht mich wahrscheinlich jetzt weg. Gegen meinen Togokiss. Ich sehe jetzt schon, wir sind im Hintertreffen. Wir sind im Hintertreffen. Schaffen wir es noch einmal, Unheilböhn zu machen, bevor wir tot sind. Schaffen wir es noch einmal. Wir schaffen es noch einmal, Unheilböhn zu machen. Deswegen haben die alle so viele Geist-Moves. Weil die so viel Stahl einsetzen mit ihrem blöden Melmetal. Und dann kommen da auch noch hier, ähm, dann kommen da auch noch Metagross rein. Sonst was. Und ihr habt gesehen, ich musste gar nicht zum Togokiss kommen. Weil vorher schon alles weggerissen ist. Richtig brutal. Erster Kampf. Ich habe schon wieder Herz bis auf sonst was. Das Sakyan ist leider nicht auf Level 50. Das war ja bisher nur einmal drin. Gab es dann auch noch nicht als Shiny natürlich. Ich habe da auch immer nur meinen täglichen Pass gemacht. Trotzdem, kurz vor Ende, ein 100% bekommen. Was mich sehr gefreut hat. Ähm. Ja, wir wechseln mal. Wir machen mal. Okay, oder auch nicht. So, ich sage, wir wechseln mal was, was ich sonst nie mache. Bevor sich das so ewig zieht. Und ich immer auf Knuddler gehe. Und der dann immer abwehrt. Und vorher mich immer zu schwächt. Und bla. Gehen wir direkt mal auf Togokiss. Aber er hat einfach aufgegeben. Okay, warum nicht? Mach mal gerne. So möchte ich da durchkommen, ne? Aber es geht ja jetzt hier nicht um Rangaufstieg. Wir sind ja jetzt auf dem letzten Rang gerade. Es geht ja eigentlich jetzt um Kämpfe. Also ist eigentlich blöd, wenn einer aufgibt. Dann können wir ja nicht dazulernen. Stalle Bohr, Bruder. Da würde ich sagen, das passt auch, wenn ich ankomme und dir mit dem Nahkampf eine draufsemmel, oder? Bitte Nahkampf, bitte los. Das ist ja ein Nahkampf. Nein, der ist vor mir fertig. Wir lassen es mal durch, weil ich keine Ahnung habe, mit was der überhaupt angreift. Schlagbohrer. So, ja, das geht noch. Das heißt, wir kommen mit dem Nahkampf noch hinterher und können jetzt mal draufhauen. Das heißt, ja, ich habe die ganze Zeit halt keine Meisterliga gespielt. Jetzt wieder, was die da machen, was die da für Attacken haben und alles. Das hat funktioniert. Jetzt kommen die hier mit Knackrack. Jetzt wechseln wir trotzdem mal raus auf unser Togokiss. Das ist ja sehr effektiv. Er wechselt auch. Er hat Feline nach. Er gibt auf. Ah! Und wie gesagt, Sackjahn war einmal drin bisher nur. Ich habe relativ gegen Ende dann schnell ein hundertprozentiges bekommen. Und habe gedacht, oh, krass, ein Hunderter. Habe natürlich dann aber nicht genügend XL gehabt, weil ich ja nur den täglichen Pass immer gemacht habe. So konnte ich das nicht auf Level 50 ziehen. Also wenn das mal wiederkommt, mit Shiny-Einführung. Ganz gechillt. Die restlichen XL sammeln. Ab geht's. Dritter Kampf. Drittes, äh... Sieg. Hm. Das machen wir jetzt hiermit wieder. Er wechselt direkt raus. Auf Kai-Oga. Dann gehe ich auf Togokiss. Warum auch immer. Ich finde, Togokiss ist so ein kleiner Allrounder. Der macht mir immer Spaß. Und deswegen nehme ich oft Togokiss. Wenn ich sehe, der Kai-Oga, der ist ein dicker Wal. Wir sind ein dicker Marshmallow. Das heißt, es ergänzt sich also gut. Auch wenn er mich hier halb weg macht. Oh mein Gott. Der bringt mich ja komplett um. Jetzt mach gefälligst mal Aero-Ass. Damit er wenigstens ein Schild noch verbraucht, bevor ich sterbe. Jetzt habe ich meinen guten Konder hier rausgehauen. Den ich sonst eigentlich immer brauche für alles. Dicker, ich brauche dich doch für alles. Ein Döner bitte mit alles. Dann nehmen wir jetzt das Giratina rein. Das Giratina kann nämlich auch ein bisschen was. Das zeige ich euch. Das hält auch ein bisschen was aus. Das heißt, er surft auf meinen Nacken. Digga, was ist los mit dir? Wir trinken Dosenbier. Und das im großen Stil. So sind wir. Würde der Isbo jetzt sagen. Wir laden schön unsere Moves auf. Wir nehmen die Moves mit. Wir werden jetzt hier nichts an dem verschwenden. Guckt mal. Der macht ja kaum Schaden. Und der kommt jetzt zurück mit. Und der kommt jetzt zurück mit. Ah, bin ich bekloppt. Jetzt bin ich auf Spukball. Aber der hat ja eh noch einen Move da. Also, hm. Hätte ich vielleicht doch erst andersrum. Oder er rechnet mit nichts. Ne, er rechnet mit nichts. Das ist cool. Dann können wir jetzt doch bestimmt nochmal Unheilböen hinterherzimmern. Bevor der überhaupt was macht. Und dann kann er ja jetzt meinetwegen schillen. Das wäre auch eine Option. Schilde mal. Schilde mal. Junge. Wie kann man überhaupt das bebeinete Giratina hier nehmen? Das verstehe ich nicht. Also, ich hätte auf jeden Fall immer... ...immer das Geflügelte genommen, weil das einfach höher kommt. Wir sind schließlich hier in der Meisterliga. Das mit dem Bein nimmt man doch eigentlich in der Super... Ach, in der Hyperliga, meine ich. So, wir versuchen uns jetzt hier gegenseitig noch ein bisschen weg zu machen. Also, fast sogar ganz gut klappt. Guck. So, da ist der nämlich jetzt vor. Der hat auch keine Schilde mehr. Und er hat noch ein Metagross am Ende drin. Das dürfte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein, da ich ja einfach Nahkampf habe. Nahkampf und ich habe noch ein Schild. Und vielleicht ist er jetzt sogar direkt tot. Meine Verteidigung sinkt zwar. Aber, 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 aber... Oh mein Gott, oh mein Gott. Der frisst. Der frisst. Aber mein Schild rettet mir den Arsch. Und ich kann direkt nochmal Nahkampf machen, zur Sicherheit. Vielleicht wird es auch ohne Chargemove gehen. Einfach nur durch den Quickmove jetzt noch runter. Aber wir gehen auf Nummer sicher. Wir zimmern den Nahkampf noch durch. Und haben dann das vierte Match gewonnen. Heureka, guckt ihr das an. 11.43 Uhr am Freitag. So eine Hochspannung schon wieder. Gewinne 58 von 64. Ja, da, das ist ja auch dieses Mal mit diesem Kampfticket. Seid ihr sicherlich auch schon weiter. Seid schon wieder in der nächsten. Weil ihr durchweggehend zockt. Ich zocke mal für eine Folge Ramses Minus. Und dann habe ich eine Woche Pause. Und dann zocke ich mal wieder eine Folge Ramses Minus in der nächsten Liga. Und dann ist man relativ schnell durchgekommen. Zu Rang 20. Das hat gepasst auf jeden Fall. Dragoran. Und er wechselt gleich auf Akani. Was mache ich jetzt damit? Nix. Akani? Was kann denn Akani? Ich habe noch nie Akani in der Meisterliga gesehen. Nahkam. Wer schildet auch? Guck mal, der 2.900 WP. Das ist eigentlich unfair alles, oder? Ist das unfair? Schilde ich jetzt auch. Der verwirrt mich ein bisschen. Der tut bestimmt nur so, als wäre er schwach. Und dabei bringt er mich gleich um. Verteidigung sinkt auch. Dragoran. Habe ich noch meinen Toggle-Kiss dann gemütlich da? Die 2 können sich jetzt hier vielleicht ein bisschen... Okay, er ist tot. Er hat... Was kommt als nächstes? Toggle-Kiss-Garados. Wir machen noch ein Nahkampf zum Abschied. Es hätte wahrscheinlich nicht mehr zum Knuddler gereicht. Deswegen... Mach mal das. Jetzt hat er wenigstens kein Schild mehr. Wenigstens ein was. Wir müssen jetzt schon mal das Toggle-Kiss rausholen hier. Der ist mir sonst zu brutal. Der macht da komische Moves. Ja, sehe ich schon. Den lassen wir mal durch. Weil wenn der hier mit Drachenpuls vielleicht auch angreift. Oder dann hat er hier... Bis... Der tut mein Giratina zerfetzen. Das wollen wir natürlich nicht. Er gibt auch jetzt auf. Okay. Ich hätte sonst ihn mit den Quick-Moves runtergezogen. Und dann einfach alles aufs... Dragoran drauf, was ich habe. Und was habe ich? Eigentlich habe ich nichts. Weil ich habe ja nur Flug und Feuer. Aber eigentlich hätte ich mir auch eine Fehnattacke mitnehmen sollen. Habe ich aber nicht. Ich habe mich einfach gekonnt weggelassen. Das überrascht die Gegner bestimmt noch mehr. So, dann nehmen wir hier das noch mit. Oh, beim letzten gab es 5300 Stau. Und wir haben einen Barschwar. Normalerweise müsste man noch hier jetzt auch... Wir sind ja Rang 20. Auch Legendäre aus der Belohnung kriegen. Also momentan wäre das jetzt Boreos in der Tiergeistform. Wenn mich nicht alles täuscht. Kriege ich aber nicht. Die gönnen halt nicht von Niantic. Die gönnen nicht. 111111 sieht auch gut aus. Schließen wir hier ab. Gefühl, das zweite Kapitel, was abgeschlossen ist. Aber ist ja trotzdem erst das erste. 4600. Da gibt es weniger fürs Abschließen. Insgesamt. Als auf dem fünften Kampf. Man hätte ja gucken können, wenn man 5 Belohnungen hat. Dass dann die Kapitelbelohnung insgesamt höher ist. Als wenn man nur 2 erreicht. Und dann das Kapitel abschließt. Aber okay. Ist nicht mein Spiel. Habe ich nicht gemacht. Lassen wir einfach so wie es ist. Da ist wieder der Kai-Oga. Ist am Start. Wir gehen mal direkt auf Knuddler. Wenn wir dürfen. Wir dürfen nicht. Wir lassen es mal durch. Wir lassen es mal durch. Das heißt, wir sind gleich tot. Aber wir können vielleicht noch einen Knuddler machen. Im Endeffekt wechselt er raus. Ne, er wechselt nicht raus. Dann ist das jetzt das einzige Pokémon hier, was Fee hat. Junge. Und er schildet natürlich. Er schildet, er schildet, er schildet. Ja, dann schilde ruhig nochmal. Nö. Jetzt ist er komischerweise langsamer. Vielleicht spart er es sich auch. Und wenn er nochmal schildet, dann hat er ja gar nichts mehr. Ich bin eh tot. Ne, er lässt diesmal durch. Er lässt es diesmal durch. Dann komme ich diesmal mit meinem Togekiss. Du kannst ruhig einmal deinen Move machen. Vielleicht hat er auch Donner. Hat er Donner? Ja, Döner. Verdammt. Der grillt mich. Aber er ist trotzdem weg. Wenn jetzt ein Drache kommen kann, kann ich wenigstens noch zwei Moves machen. Bevor ich tot bin. Rijonjo am Start. Ah, das wird knapp. Einfach mal Flammenwurf hinterher. Ihr wisst, wechseln ist verboten. Obwohl, ne, warte mal. Ich sehe schon alles tot. Ich habe nur noch den. Hätte ich auch wechseln können. Nicht sehr effektiv, Bruder. Guck dir das an. Guck mal, was ich noch dabei habe. Ich habe noch zwei Schilde. Du nicht. Das heißt, ich schilde lieber mal. Ich habe nur noch dieses eine Pokémon. Und habe nur noch... Geist. Geist im Sinne. Geist hier. Geist da. Geist überall. Geist über alles. Lässt man einmal durch. Ich glaube, ich brauche es noch für den Letzten. Ich weiß nicht, was dann noch kommt. Ich weiß nicht, was dann noch kommt. Und wir sollten uns langsam rantasten vielleicht. Der hat ja eh noch ein Schild. Er ist tot. Wir machen direkt mal Unheilböen. Wir haben zwar auch Spukball gehabt, aber... Er hat ja noch ein Schild, was er nicht nutzt. Hat mich das jetzt gesteigert? Oder hat mich das jetzt abgeschwächt? Also hat das jetzt meinen Angriff und meine Verteidigung gestärkt? Ich habe gerade nicht darauf geachtet. So, und jetzt würde ich vielleicht schauen, dass ich einmal den Spukball durchkriege. Passt. Weil wenn er jetzt angegriffen hätte, hätte ich ja noch mein Schild gehabt. Und versuche ihn jetzt mit dem Rest hier einfach wegzumachen. So ungefähr. Dann müsste das auch gewonnen sein. Ja, ist... Ist... Safe. Neue Siegesserie startet. 6 zu 0. Und das, obwohl ich im ersten Video am Anfang einfach zwei Hineinander verloren habe und dann demotiviert war. Aber das war im Prinzip, um reinzukommen. Ja, musst du erst mal reinkommen. Wenn du drin bist, dann kannst du wieder rausgehen. Also ist ja ganz typisch. Bleibst ja nicht drin. Wechselt ja dann wieder und dann bist du wieder raus. Grimjoff. To be. Or not to be. Die Jalga. Da können wir es machen wie vorhin. Einfach Nahkampf drauf. Da haben wir die Gegner nämlich mega überrascht. Und der wusste gar nicht mehr, bevor du hinten bist. Müsste ja auch schnell einsatzbereit sein, bevor der überhaupt irgendwas machen kann. Wird er aber, denke ich mal, schilden. Ich glaube nicht, dass er es macht wie sein... ...Vorgegner, oder? Doch, er lässt es durch. Das ist krass. Finde ich auf jeden Fall stark. So, lassen wir ihn jetzt. Der bringt mich ja wieder um, oder? Der bringt mich um. Ich muss schilden. Egal, was der macht. Der bringt mich sowieso um. Und deswegen... Nehmen wir das lieber einmal so mit. Und machen jetzt den Rest. Damit wir den Sack ja noch ein bisschen haben. Vorhin haben wir den direkt am Anfang geopfert. Dann musste man da ewig rumknirren. Also... Schauen wir mal, ob es jetzt passt. Vielleicht hat er nämlich nochmal seinen Move voll. Oder hat wenigstens schon sein Schild weg. Nee, komm, noch ein Schild verbrauche ich jetzt nicht. Es wäre zwar cool gewesen, wenn wir es noch geschafft hätten, aber... Den Rest machen wir jetzt mit... Mit Giratina. So. Wir müssen zwar kurz einstecken, aber wir haben ja schneller auch hier Unheilböen immer voll. Um Schilde rauszulocken. Hier, das seht ihr schon. Da ist auch ein Giratina am Start. Unheilböen. Zack. Der muss abwehren. Vielleicht wäre er auch nicht ab. Okay, beide haben noch ein Schild. Gucken wir uns an. Er wehrt nicht ab. Okay. Ich wäre aber ab, weil ich Angst habe. Und ich vertraue, dass das Toggekiss am Ende einfach dann noch richtig gut abgeht. So, das dürfte passen. Weil entweder ist sein Schild weg oder Unheilböen dürfte vielleicht schon reichen, um ihn umzubringen. Und was macht er? Was macht er? Was macht er? Er macht nichts. Bringt mich jetzt aber sicherlich um. Vielleicht hätte ich auch auf Toggekiss wechseln sollen, kurz bevor er sein Move macht. Wäre vielleicht schlau sogar gewesen. Oh. Wir sind noch einmal dran. Wir können noch einen Move machen und dann erstmal ganz überrascht uns den Gegner anschauen, den er reinholt. Und er hat ein... Ein Kai-Oga ist am Start. Ja, da können wir jetzt eigentlich... Da müssen wir wahrscheinlich zwei Surfer über unser gehen lassen. Ah, das wird jetzt knapp. Das wird knapp. Wir machen zwar gut Schaden durch den Quick Move, aber wir brauchen wahrscheinlich trotzdem... Oh, 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 oh. Ein Aero-Ast, komm. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Ich setze den so selten ein. Ich frage mich eh gerade, wieso ich eigentlich Aero-Ast da drin habe. Er ist tot? Oh, er ist tot, okay, 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 okay. Alles gut. Ich meine, brauche ich Flammenwurf... Für die ganzen... Ich habe Sackjahn, was gegen Stahl geht. Ich habe Geratin, was gegen Stahl geht. Da brauche ich doch jetzt nicht Flammenwurf. Stahl eigentlich beim Togekiss, oder? Lieber nochmal Knuddler rein. Hast du noch einen Move? Haha. Oder was kann der sonst noch? Antikkraft. Antikkraft ist was? Stein. Stein hätte mir jetzt wahrscheinlich auch nichts gebracht. Also gegen Togekiss selber hätte es was gebracht. Ja gut, wenn die Gegner auch mal wieder Togekiss haben und wir uns gegenseitig, wäre das vielleicht eine Option. So, Palkia. Das ist das erste Mal, dass ich auch gegen Palkia kämpfe. Jetzt kommt aber ein Metacross rein. Er hat schon gewechselt. Das ist gut, weil wenn er wechselt, ist er ja jetzt erstmal gefangen. Und wenn er gefangen ist, können wir jetzt trotzdem hier mit Kampf gegen seinen Metacross vorgehen. Er schildet auch. Sehr schön. Wir wehren einmal ab. Jetzt habe ich natürlich, wie gesagt, ich habe keine Drachenmoves auf meinem Giratina. Das heißt, ich müsste sowieso das Togekiss wohl gegen das Palkia nehmen. Und den versuchen wir jetzt hier mit abzufertigen. Der hat den jetzt durchgelassen. Wir sind trotzdem fort. Machen wir das mit ihm fertig? Wir müssen eigentlich mit ihm fertig machen. Wir machen mit ihm jetzt hier fertig. Und falls er mit dem Palkia zurückkommt, können wir noch wechseln. Auf Togekiss. So ungefähr. Müsste das ja hinhauen. Sternenhebe ist okay. Das passt so. Das ist alles hier pervers. Palkia ist zurück. Schnell wechsel mal aus. Und eben den Günder. Jetzt wechselt er auch. Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Wir überraschen ihn jetzt mit dem Flammenwurf. Als ob der auf die Idee kommt, dass wir Flammenwurf können. Und schon ist Flammenwurf doch wieder sinnlos. Sinnvoll. Sinnlos. Ich weiß nicht, was der hat. Deswegen, wir lassen ihn auch einfach mal durch. Wir haben ihn noch gut. Stein. Oh, nein, 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 nein. Beruhige dich. Beruhige dich. Und er darf dann natürlich gleich nochmal. Und jetzt macht er was Sinnloses. Wir lassen das Sinnlose auch mal durch. Und jetzt nochmal Stein. Gut, wir sind tot. Und wir haben es verschwitzt, unseren Move zu machen. Obwohl das übelst gut gepasst hätte. Einfach Flammenwurf drauf. Der hätte nicht geschildert. Der wäre einfach verbrannt. Und das war's. Jetzt geht er uns noch ein bisschen auf den Sack, wie ich sehe. Er ist aber jetzt tot, wie ich sehe. Und ich glaube, das ist der erste... Der erste verlorene Kampf. Uns fehlen jetzt halt die Drachenmoves, ne. Weil er ist halt übelst... Er ist sehr effektiv. Er knallt uns einfach weg. Unser Schild nützt uns auch nichts. Mir kommt nicht mal mehr überhaupt irgendwas zu machen. Gut gekämpft, gut gekämpft. Ja. Glück gehabt, genau. Am Anfang gleich rausgewechselt. Und ich war mir so sicher. Hätte ich lieber Giratina dann genommen. Und wäre mir dem Giratina gegen das... Metacross vorgegangen. Das hätte sicherlich auch noch mehr ausgehalten. Also... Wäre alles irgendwie sinnvoller gewesen, glaube ich. So. Schauen wir mal hier. Lassen wir uns nicht beirren. Gehen wir mal auf Knuddler. Das sieht gut aus, erst mal. Ja, mit dem Sack ja. Da hätte ich ja gegen... Gegen das Palkia noch mehr ausrichten können. Also... Es wäre Sorum auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Sagen wir mal, wie es ist. Den lasse ich jetzt auch einfach mal durch. Einen dürfte ich eigentlich fressen... Können. Ohne was. Ja. Ohne was. Ungleich tot. Brauchen wir den Sack ja noch? Ich weiß es nicht. Achso, geh halt fort. Sack ja, dann hast du es halt erlebt. So. Und wir kommen jetzt mit. Wir kommen jetzt mal mit Giratina rein. Ganz Überraschung. Und haben... Das ist kacke. Aber wir haben wenigstens kurz mal aufgeladen. Und kommen jetzt hier rein. Jetzt wechselt der natürlich wieder. Kommt aufs Ho-Oh. Oh. Was willst du von mir? Ich habe genau zwei Sachen gegen dich. Die Kacke sind. Wir können uns also gerne gegenseitig hier penetrieren. Jetzt wäre Antikkraft, glaube ich, gut. Weil es ja dann ein Gestein wäre. Und er denkt sich jetzt... Aha, der hat da Eroass. Was ist das für ein Typ? Hm. Muss auch schilden. Bringt mir ja nichts. Der ist eh im Vorteil, ja. Jetzt macht er Erdbeben. Ich glaube, der hat... Der ist genauso gut vorbereitet wie ich. Gefühlt. Aber ein Set müssen wir fertig spielen. Dann können wir erst Attacken ändern, ja. Das ist die goldene Regel. Du kannst nicht mittendrin einfach raus. Hier, er macht weiter Moves. Jetzt wollte ich wechseln. Ich wollte wechseln und ich habe es nicht geschafft zu wechseln. Muss ich aber jetzt wechseln. Ich kann... Obwohl, der stürzt sich ja dann auch da drauf. Der wechselt bestimmt auch gleich. Jetzt holt er das Despo da schon rein. Ah, der hat dasselbe gemacht wie ich. Der ist viel zu schlau, ja. Ich glaube, der spielt öfters. Hallo, Despo da. Guck mal, was ich da habe für dich. Willst du auch einen Move machen? Warte, ich mache auch noch schnell einen. Hetzes hat bis zum Spuk balladen lassen. Der braucht doch eh noch drei Sekunden, bis er voll ist. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der braucht. Deswegen habe ich mich schnell jetzt vor die Flinte geworfen. Ich habe keine Ahnung, was macht der überhaupt? Der ist gleich tot, also... Da wollte ich mir sagen, der hat das so einkalkuliert, dass er weiß, den überlebt er noch und hat dann gleich fünfmal den Move voll. Guck mal, der ist doch gleich weg. Und jetzt? Ach, jetzt macht er wahrscheinlich einen Move. Ist das ein... Das war alles Absicht! Das hat er absichtlich gemacht. Guck. Steigernde. Sehr effektiv. Jetzt geht es aber los hier, oder was? 29. Einer fehlt noch, oder? Ja. Ein noch in der Meister... In der Meister-Liga. Waren noch zwei gewonnen und zwei verloren. Passt also. Zerude. Da... Kann ich doch... Gegen... Kämpfen. Ich habe noch nie gegen Zerude gekämpft. Muss ich ja zusagen, als Verteidigung. Und... Jetzt ist er erstmal heftig beeindruckt von meinen Skills. Die auf purem Button-Smashing bestehen. Was kann der? Da müsste er mit Unlichtattacken nicht gut ankommen. Vielleicht macht er was mit Pflanze. Ähm... Ja... Aber... Ja... Ja... Ja, halt, ne? Ja, muss schon reichen, als überhaupt Antwort. Er ist jetzt auch weg. Wir sind noch da. Er macht einen Fee. Er hat einen Sackjahn. Was mache ich gegen Sackjahn? Ähm... Ist das jetzt gut, oder ist das nicht gut? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal hier Fee-Fee wahrscheinlich. Und gucke, was passiert. Dass wir ihn schnell hier... Ich weiß nicht, was er für einen... Für einen Quick-Move hat. Hat er schon einen Knuddler voll? Nein. Der kämpft bestimmt. Stromstoß. Ach du meine Fräse. Der hat... Der hat Stromstoß. Und er macht nochmal was. Und seine Verteidigung sinkt. Das heißt, einmal muss ich sowieso jetzt abwehren. Der macht nämlich kaum Schaden. Und jetzt schaffe ich es ja vielleicht. Ihn schnell runter zu ziehen. Ne, er wechselt. Ich schaff's nicht zum... Ich schaff's nicht zum Flammenwurf. Oder was auch immer das ist, weiß ich nicht. Und jetzt hat er natürlich noch Eis gegen meinen Drachen. Das ist doch alles... Ich kann eigentlich aufgeben. Ich kann aufgeben. Das ist sinnlos. Lawine. Ja, machst du weg. Hast noch zwei Schilde. Ich schilde trotzdem nochmal. Ich warte jetzt ab. Wir warten, wir warten, wir warten. Ich glaube, ich habe wirklich noch nicht einmal irgendwie... Flammenwurf eingesetzt. Ich glaube, der kann wirklich weg. Der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Der wäre auch fast weggekommen. Nö, er lebt noch. Nicht. Tot. Und hier ein... Sackjahn. Zeig mal kurz. Vielleicht können wir dir noch was mitgeben. Aber du hast ja noch zwei Schilde. Also, was will ich überhaupt? Außer sein Handy fällt runter und er drückt nichts mehr. Dir fehlt immer noch ein halbes Ohr. Oh, jetzt hätte ich fast noch ein Move machen können. Aber das bringt mir nichts. Er hat ja immer noch ein Schild. Also egal. Komm. Gib jetzt auf. Lass los. Lass los. Lass los. Vielleicht sollte ich beim Sackjahn auch auf Stromstoß gehen. Und aber Kampf. Weil ich setze ja meistens nicht meinen... Ich setze ja den Knuddler kaum ein. Und dafür beim... Muss mal zurück. Muss mal auf Togglekiss kurz hier. Muss ich mir mal kurz reinziehen. Togglekiss. Warum, bitteschön. Hast du Flammenwurf drin? Antikkraft. So. Wollen wir mal ganz kurz gucken, was der überhaupt generell noch kann. Zauberschein. Ah. Knuddler war bei Dings. Knuddler war bei Dings. Das heißt... Flug brauche ich eigentlich auch. Noch nicht. Mache ich Aeroas trotzdem auch noch weg. Und nehme einfach Zauberschein noch dazu. Einfach mal zum Ausprobieren. Wer weiß, ob mir das jetzt was bringt oder nicht. Zauberschein. Und der wird wahrscheinlich eh nie voll. Antikkraft. Aha. Und wieder aus. Aha. Diese App. Diese räudige. Am Geratina was ändern? Ich meine... Den Spukwald setzt man ja sowieso selten ein. Machen wir mal alles über Unheilböen, weil wir immer Angst haben. Auf der anderen Seite... Jetzt scheppert das wieder hier laut. Und jetzt wieder nicht. Jetzt ist aber alles weg. So, jetzt ist es wieder leise. Ah, dieses... Das macht mich doch verrückt. Ähm. Ah, jetzt habe ich aber Fehlen. Ich habe Fehlen. Ich habe Geist. Es ist trotzdem alles irgendwie eintönig. Mh... Wo gehe ich denn hin? Gira. So, zeige ich mal ganz kurz. Guck mal, Dunkelklaube. Unheilböen. Spukball. Spukball weg. Unheilböen weg. Was können wir hier dann? Drachenrude. Ich habe so... Ach, ach, egal. Komm, wir machen das jetzt einfach. Was will ich denn da, Drache? Jetzt, wo ich so viel Fee dabei habe, gegen die ganzen... Gegen die ganzen Drachen. Da brauche ich auch keine Drachenrude gegen Drachen. Da brauche ich wenigstens noch was gegen Stahl. Weil gegen Stahl habe ich ja jetzt kein Feuer mehr. Gegen Stahl habe ich ja jetzt nur noch Kampf. Also ist das... Was hat der denn da auf? Habe ich auf jeden Fall genau... Alles sehr eintönig. So. Wir sind hier... Und haben schon wieder ein Problem. Und zwar... Müssen wir auf... Jetzt aber auf Knuddler. Wir lassen mal durch. Ganz vorsichtig lassen wir durch. Unheilböen. Okay. Setzen ganz vorsichtig... Jetzt setzt der Lugia ein. Lugia, Lugia, Lugia. Jetzt ein Stromstoß. Das wäre doch richtig genial. Weiß ich nicht. Da gehe ich halt jetzt hier auf Unheilböen und so Zeug. Keine Ahnung. Dann sind wir halt gegenseitig effektiv. Und machen hier komische Faxen. Dann bin ich froh, dass ich Unheilböen drin habe. Weil der ist schon wieder voll. Und kann schon wieder angreifen. Es ändert sich alle 5 Sekunden die Taktik. Machst du so? Machst du so? Ne, machst du so. Gut. Machst du so nicht. Hast du auch nicht. Jaja. Den habe ich jetzt extra... Den hätte ich eigentlich schon umbringen können. Aber ich habe gedacht, wir nehmen mal mit. Wir nehmen mal mit. Luftstoß. Auch ein Giratina. Okay. Vielleicht kommt er mit diesem Giratina jetzt auch wieder rein. Egal was es ist. Wir hauen sowieso erstmal Unheilböen drauf. Wir sind sehr voreilig. unterwegs. Es ist wieder das Giratina. So. Und. Er macht. Er wehrt ab. Gleich wieder voll. Jetzt schilde ich schon wieder. Aber ja, ich will noch einmal meinen Move durchbringen wenigstens. Dass vielleicht sein Schild auch weg ist. So ungefähr. Wer... Ja, war jetzt eigentlich wieder Togglekiss sinnvoller gewesen. Ja, aber mit dem Wechseln habe ich jetzt wieder verschwitzt. So. Dann bring mich jetzt mal um oder so. Hol ich mal Togglekiss rein. Und zeige dir mal was. Ist schon wieder am Start. Okay, okay. Sei am Start. Sei am Start, wie du möchtest. Mit Spukball. So. Und auch Togglekiss. Was sagt mir das jetzt? Jetzt wäre ich zum Beispiel da mit dem Aeroass. Das wäre jetzt totaler Quatsch. Das mit Antikkraft, das passt ja. Das sieht man ja. Das war halt so gut, dass man das ausgewechselt hat. Wenn der mich jetzt fertig macht. Was nimmt der jetzt? Wir sind nicht so effektiv. Wir müssen eigentlich gegen den anhalten. Weil wir ja gegen den letzten noch müssen. Aber... Flammenwurf. Oh, ich lebe noch. Guck, du kriegst halt Nahkampf ab. Von dir lasse ich mich nicht umbringen. Aber jetzt habe ich gleich dann keine Verteidigung mehr. Und keine Energie mehr. Und er hat noch ein Pokémon. Also... Hui. Das hat mir jetzt auch nichts gebracht. Guck mal. Zack. Habe ich nicht gesehen. Bin schon weg. Hat er viel gebracht oder was? Dass ich mal hier die Attacken geändert habe. Ich glaube, das Team ist zu eintönig. Ich sage es, wie es ist. Und sobald ich was ändere, vermisse ich es wieder. Ich kann nicht loslassen. Lass mir mein Team machen. Das ist mein Team. Das ist das beste Team der Welt. Guck. Man muss sich damit gewinnen. Man muss nur zusammenhalten. Und sie halten zusammen. Sie gehen immer gemeinsam unter. Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Ich bin Mevdu. Und du? Ja. Genau. Ich brauche doch nur ein paar XL. Dann würde ich das Ding so was von hochziehen. Ich sage es dir. Psycho-Stoß. Na egal. Ich glaube, den habe ich vor 10 Jahren, als ich mal Meisterliga gezockt habe, auch durchgelassen. Und dann immer erst ab dem zweiten abgewehrt. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Außer, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr zum zweiten Knudler komme, wenn es so weiter geht. Weil er mich hier einfach umbringt. Jetzt wechselt er natürlich raus. Jetzt setzt er einen Dialga ein. Dialga, Dialga, Dialga. Wäre es natürlich jetzt besser gewesen. Oh, er lässt ihn sogar durch. Los, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Geh mal auf Nahkampf. Geh mal auf Nahkampf. Oh, ja. Dann ist das Schild halt jetzt weg. Was sagst du denn dazu? Aber schöne grüne Farbe hast du. Shinies, ja. Sind auch nicht stärker. Muss man dazu sagen. Ist ein richtiger Otto gewonnen. Mit seinem Shiny. So. Wie soll man dem jetzt entgegenkommen, hä? Wir müssen hart rein. Mit dem Toggle Kiss. Ah. Auch wenn der uns umbringt. Und wir müssen schilden, weil der ist einfach hart. Core. Zu uns. Der macht einen Eisenschädel und wir sind tot. Irgendwie ist der immer effektiv gegen uns. Egal, was wir nehmen, so gefühlt. Also. Joa. Sofort. Hupen wir den Mewtwo zurück. Ne, mach's jetzt nicht. Ich hab da doch noch was vor. Psycho-Stoß. Beziehungsweise, was hat er denn noch übrig an komischem Zeug? Alter, der Zauberschein, der braucht ja 300 Jahre, um fertig zu werden. Hätte ich lieber mal den Steinhagel gemacht und hätte ihn umgebracht. Nein. Hast du schön geduldig gewartet und jetzt liegst du in der Ecke. Und das war das. Aber okay, aber okay, aber okay. Vielleicht kann man ja so lange hier einen Spukball voll machen. Auf das letzte, was jetzt kommt. Und es ist ein Evil-Tile. Verdammt nochmal. Das ist ein Evil-Tile. Verdammt nochmal. Hätte ich auf Giratina gewechselt. Beim Mewtwo. Und hätte da schön das Mewtwo. Äh. Ja, das Mewtwo so hier und dann jetzt beim Evil-Tile wieder das Toggekiss vielleicht. Weil so kann ich eigentlich nichts machen. Stehe da. Zack. Effektiv. Wow. Krass. Ich kann nochmal einen kompletten Spukball draufhauen. Und das bringt mich einfach kein Stück weiter. Ich habe vorhin schon nicht gewechselt, obwohl es sinnvoller gewesen wäre. Jetzt habe ich auch nicht gewechselt, obwohl es auch wenigstens ein bisschen sinnvoller gewesen wäre. Also muss man sich nicht drüber beschweren, wenn man dann verliert. Wenn man es, wenn man durch Nicht-Handeln es einfach vor die Wand gesetzt hat. Drei Kämpfe noch. Mein Gott, dieses Dämliche. Wenn man noch nicht 20 ist und kämpft Meisterliga, ist das immer voll entspannt. Wenn du 20 bist Meisterliga, ja. Deswegen komme ich auch nie vom Fleck. Weil ich dann zwar mal drei gewinne, aber dann verliere ich mal wieder drei und schon sinkt es wieder. Und es sinkt bis zum geht nicht mehr. Der hat sein Mewtwo erlöst. Wie geisteskrank kann man sein, um seinen Mewtwo zu erlösen? Und dann hat es nur 4-1. Das finde ich gut. Das ist ein toller Gegner. Gegen den möchte ich jetzt aber gewinnen. So, wenn ich gegen den jetzt nicht gewinne, dann deinstalliere ich meine App. Ja, aus lauter Frust. Weil das heißt ja eigentlich schon in dem Sinne, dass er jetzt nicht so krasse Pokémon am Start hat. Also wäre es eine Schande jetzt zu verlieren. Ich muss jetzt Taktik wieder. Er nimmt ein Schild, ich nehme ein Schild. Und dann haue ich ihn. Das ist die Taktik. Die 2-Schilder-Taktik mit Schlagvariante. So, Knudeler. Ich glaube, Zauberschein beim Toggekiss kann ich wieder wegmachen. Und mache einfach gar nichts hin und kämpfe einfach nur noch mit Antikkraft. Weil alles andere irgendwie sinnlos ist. Lassen wir mal durch. Lassen wir mal durch. Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt schilde, ich schaffe es gar nicht, nochmal voll zu werden. Ja, aber ich... Gut, so jemand wird sicherlich keinen Spukball haben. Mann, bin ich bescheuert. Ich habe doch gemerkt, dass er jetzt nicht so krasse Pokémon hat. Also warum schilde ich da? Hätte ich eigentlich so lassen sollen, wie es war. Hol ich jetzt auch meinen Toggekiss raus? Oder... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich mache diesen hier und gebe dir fett Applaus. So, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und ich mache Spuk, Spukball. Bis zum Unfall. Ist mir jetzt mal egal. Yo. Groudon. Ich bin ein Groudon. Du siehst aus wie ein Groudon. Hat, denke ich mal, auch nur einen Move. Deswegen hat es auch jetzt so lange gedauert, bis der mal ein bisschen hier was macht. Aber egal, wenn er jetzt was macht, sehen wir, dass er bestimmt einfach einen Erdbeben hat oder so. Vielleicht sehen wir auch gar nichts, wenn es so weitergeht. Toggekiss ist auf jeden Fall richtig cool gegen Kyokre und gegen Groudon. Obwohl es beides genau das Gegenteil ist. Oh, ihr seht, ich komme jetzt reingemacht. Bam, bam, bam. Und dann ist er eigentlich schon tot. Das finde ich stark. Oh, jetzt hat er mich überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist doch, das überrascht mich jetzt. Da hat er ja doch mehr jetzt auf dem Kasten gehabt, wie ich dachte. Ähm, nächster Kampf, nächster Kampf. Hä? Wie viel habe ich denn? Kann es sein, dass die Meisterliga immer schneller gespielt ist und rum ist von den Sets als alles andere? Habe ich jetzt ein Set gespielt? Zwei Sets gespielt? Drei? Ich blicke nicht mehr durch. Ich glaube, nee, ich habe beim zweiten nur zwei gewonnen, glaube ich. Und beim ersten habe ich, äh, was gut gehabt. Also, ich hänge irgendwo dazwischen und weiß nicht genau, wo. Ähm. Was hatte Garados? Nassschweif. Okay. Machen wir ein Knudeler. 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 Wehre ab. Ein Knudeler. Ein Nassschweif ist noch da. Hey. Was ist denn? Hat er jetzt keinen Bock mehr, oder was? Er kann doch hier einfach mal machen, oder nicht? Machen doch die anderen auch hier. Ja, guckt er doch an, wie die da machen, einfach. Den wehre ich nicht ab. Das ist mir jetzt zu, zu suspekt. Im Endeffekt hätte ich, im Endeffekt hätte ich das Sack ja doch nochmal gebraucht für irgendwas. So, mach mal jetzt doch mal, bevor er mich umbringt, lieber diesen. Und vielleicht haben wir dann nochmal voll. Wenn der nächste kommt, oder? Wie viel Hammer? Ja. Und was ist es? Es ist ein... Äh. Was war das für ein Geräusch? Das ist ein... Giratina, oder? Ich hab's nicht gesehen. Sorry. Ich hab's leider nicht gesehen, aber hab gedacht, wäre lustig, da direkt schon mal drauf zu hauen. Ist der nicht mehr da? Er greift nicht mehr an, oder? Also wenn er nicht mehr angreift, dann kann ich auch zum Knuddler gehen. Oder was macht er da? Ne, er greift noch an. Jetzt greift er doch... Hä? Was macht er denn? Er greift mal an und dann mal nicht, oder was? Oder hat das jetzt einfach nur gestoppt, weil er... Wo er halt gewartet hat, jetzt. Jetzt falle ich auf jeden Fall um. Okay. Ich komm einfach mit dem Togelkiss rein, Smits. Ist mir jetzt Rall da. Was auch immer du da noch hast oder machst. Oh mein Gott, jetzt muss ich aber gleich auf die Toilette. Schon wieder. Antikkraft haut gar nicht so rein, wie er vielleicht dachte. Dann tut den auch mal weg. Den schilde ich jetzt aber. Weiß ja nicht, was mich noch erwartet. Vielleicht hat er auch einen Togelkiss. Drachenklaue. Okay, 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 okay. Raus, raus, raus. Und wir haben Sumpex. Sumpex, mir ist egal. Ich geh jetzt auf alles. Guck hin. Du bringst mich nicht um. Ich will meinen Zauberschein voll machen. Und dann wechsle ich. Und dann komm ich hier mit der Giratöse. Und hau dich böse. Vielleicht kannst du ja schilden. Der schildet nicht. Verstehe ich nicht. Gut, dann schildet er halt nicht. Dann nimmt das halt so mit. Ich konnte immer noch keinen Zauberschein einsetzen, sehe ich gerade. Oh, noch ein Kampf. Äh, noch ein Sieg. Dann hätte ich die 64 voll. Ich kann sogar noch einen machen. Dann ist das trotzdem aber die dritte Dings oder nicht? Oder ist das das zweite Set? Ist das das zweite Set oder ist das dritte Set? Oh. Da haben wir vorhin schon so kämpfend dran gehabt. Haben die ganze Zeit hier gedrückt. Er hat dann auch rumgemacht. Wir haben es einmal durchgehen lassen. Und er wechselt wieder. Und er wechselt auf Crowdon. Ich habe natürlich schon wieder reingedrückt. Was will man denn noch machen? Man will doch vor dem Gegner seinen Move machen. Also drückt man wilder drauf. Und dann kommt der Drecksgegner. Macht seinen Move und dann haut er schnell ab. Das macht er doch mit Absicht oder nicht? Einfach nur, damit man nicht den Move gegen ihn machen kann. Dann wechselt er einfach blind auf irgendwas. Einfach nur, um sich zu schützen. Du hast doch Schilde. Nutz doch Schilde oder so. Irgendwas. Das ist bestimmt nochmal ein Feuerschlag. Den möchte ich jetzt also auch nicht abschilden, wehren, tun. Dich brauche ich auf jeden Fall gegen Palkia. Also halt mal bitte noch was aus. Ein bisschen. Ich kann nicht wehren. Komm bitte mit Palkia zurück. Nein, kommt der natürlich nicht. Er kommt mit Melmetall. Das heißt, er bringt mein Melmetall um und dann habe ich nichts mehr gegen Palkia. Außer meinen Sackjahn. Ja, komm, erlöse mich. Dann bin ich halt tot und dann versuchen wir es halt anders. So, dann müssen wir es jetzt so probieren. Sobald er wechselt, muss ich auch wechseln. Der wechselt, dann wechsel ich jetzt auch. Mir egal. Ich brauche den Sackjahn. Ich kriege meine Moves nicht voll. Der hat noch zwei Schilde. Sackjahn, jetzt lass dich doch mal nicht hier in die Irre führen. Guck jetzt hin. Er hat abgewehrt. So, der wehrt auch bestimmt gleich nochmal ab. Das stört mich. Ich habe gleich keine Energie mehr. Der hat noch so viel. Wir sind doch hier vom Typ Dings. Dann mach doch auch mal was. Und zeig mir, dass du es kannst. Er steht einfach da wie eine Mauer. Eine Mauer, eine Mauer. Nichts geht. Alles super. Uh, und er wehrt nochmal ab. Geil. Was für ein starkes Pferd. Ich muss jetzt den einfach machen, auch wenn mir das jetzt nicht so viel bringt. Den hätte ich eigentlich auf das Smellmetall machen müssen. Aber das bringt mir auch nichts. Das heißt, der letzte Sieg ist für die Tonne. Er bringt mich um. Vielleicht darf ich es ihm umzubringen. Und kann ein bisschen laden, um einen Spukball auf das Mähmetall zu machen. Wenn er mich nicht umbringt. Stirb. Stirb. Spukball. Ein Spukball, ein Spukball, ein Spukball. Auf das große Böse. Sitzt in der Fritteuse. Und. Unheilböen. Das muss reichen. Und, und, und. Zieh den durch. Es lädt schon wieder so lange. Nicht, dass er rausgeflogen ist. Und ich freue mich hier die ganze Zeit. Und denke, krass. Wie ich das noch rumgerissen habe. Und dabei ist er gar nicht mehr da. Oder was? 64. Joa. Nächstes Kapitel ist auch fertig. Das ist aber sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt hier abholen. Wir können wieder die Pokémon-Belohnung abholen. Wir können gucken, was da jetzt drin ist. Ja. Es ist ein Porygon. Es ist kein legendäres. Außerdem sehe ich ja gleich, wie viele Matches ich gemacht habe. Wir haben einmal einen Barschwar bekommen. Wir haben einen Porygon bekommen. Wir haben irgendwas anderes bekommen. Aber das war ja am Anfang einfach so. Habe ich noch eins bekommen oder nicht? Weiß ich nicht. Muss ich jetzt mal gleich reingucken. So. Das ist auf jeden Fall nichts. Ne? Siehst du ja. Steigert sich nicht. Kriegst nochmal hier 3000 noch was. Was haben wir denn? Wir haben... Ne. Robball war das erste. Was heißt? Ich muss theoretisch nochmal 5 machen. Ach ne. Muss ich nicht. Weil ich habe einmal nur 2 geschafft. Statt 3. Und deswegen habe ich schon... Ich habe 3 Sets gespielt. Also passt auf jeden Fall. Ich glaube, die, die das wirklich gucken und verfolgen, die hätten kein Problem damit, noch ein Set zu sehen. Aber ist auch 55 Minuten gleich. Muss reichen. 3 Sets. 3 Belohnungen. Sind jetzt hier in den 128 Trainerkämpfen. Gibt es jemanden, der die 128 Trainerkämpfe fertig hat? Was kommt danach? Wirklich das Doppelte? Vor allem, wie viel Staub gibt es danach? Es gibt ja gerade mal 4000. Wie viel gibt es bei euch? Schreibt es mal rein in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Nur Mist. Guck dir das an. Da ist noch Boreos drin gewesen. Wenn ihr das seht, das Video ist wahrscheinlich dann Cabo Fala drin. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Drück halt, was das immer möchte von mir. Ich weiß es nicht. Fitness. Braucht man nicht. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und denkt dran, eure Statistik reinzuschreiben. Hier. Diese. Wie viel ihr da jetzt hier habt. 1098 Siege und 1900 Kämpfe. Also kann man ja abrunden. 1000 und 1914 und 2,4 Millionen. Diese Angaben. Das würde mich mal interessieren. Persönlich. Hier. Krampfanfall. Deluxe. Ansonsten. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und bald kommen Videos, glaube ich, von Bianca und Genaya. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.